Jeder Buchstabe des Alphabets ein Fakt über Martin Luther. Das ist die Ausstellung buchstäblich Luther, Facetten eines Reformators in Wittenberg. Eine Sonderausstellung im Augusteum, während das Lutherhaus gegenüber saniert wird. Unter i wie international zeigt das Luther ABC den Reformator im Hanbok, einer traditionellen koreanischen Tracht. Wertschätzung für den Gelehrten, erklärt Sophie Potente, eine der beiden Kuratorinnen. Da Martin Luther ja auch als Doktor Bibelstudien betrieben hat, wurde ihm eben diese Ehre zuteil, dass er hier im Hanbok dargestellt wurde. Das Tuschebild aus Seide ist ein Geschenk aus Südkorea, anlässlich des Reformationsjubiläums 2017. In der abgedunkelten ersten Etage des Augusteums lenkt das geschickte Lichtdesign den Blick auf die insgesamt 52 Objekte. Großformatige Gemälde, eine Kutte, die Kanzel, auf der Martin Luther gepredigt hat. Luther von A bis Z, von A wie Askese bis Z wie Zuhause. Durchaus verständlich, B wie Bier spielt eine Rolle. Aber Q wie Quietscheentchen? Ein Symbol für Luther-Fanartikel, denn Luther-Kitsch ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, sagt Katrin Herbst, die zweite Kuratorin. Und es gibt da von Porzellantässchen durch alle Jahrhunderte im Grunde genommen diesen Kitsch. Wir fanden diese Quietscheente schon sehr, sehr schön. Der intolerante Luther und sein Hass auf die Juden kommt unter dem Buchstaben J zum Tragen. Luthers Antisemitismus wird künftig auch in der überarbeiteten neuen Dauerausstellung ab 2025 im Lutherhaus eine größere Rolle spielen. Buchstäblich Luther ist bis Frühjahr 2025 jetzt im Winter zunächst von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler, Radio SRW.